Wie ist denn das passiert? Ich habe hier nur die Hälfte von so einem Smiley. Wie kann man sowas formatieren? Ganz einfach, man kann hier die Grafik natürlich entsprechend zuschneiden, hier Bildtools Format zuschneiden und jetzt bekomme ich wieder diesen Kasten. Allerdings an den Ecken und an den Seiten habe ich hier Winkel und schwarze Striche und die kann ich nach innen schieben und dann wird die Grafik hier entsprechend zugeschnitten. Das heißt, die ist auch hier so groß, das heißt in dem Bereich, da ist nicht etwa transparent versteckt, diese ursprüngliche Grafik noch da. Natürlich kann man das rückgängig machen, man sieht hier also praktisch die ursprüngliche Ausdehnung dieser Grafik und dann kann man hier diesen Bereich natürlich wieder nach unten schieben.